Versuch nicht ihm das zu sagen, sagte Jörg Kompos warnend. Die Leute hier haben Erfahrung darin, Beleidigungen in der verstecktesten Form entgegenzunehmen und auszuteilen. Er findet es seltsam, dass du ihn aufsuchst, obwohl du ihn nicht einmal kennst, und er glaubt, du machst dich darüber lustig, dass er sich keine Vorrichtung leisten kann, um seine Maske zu halten. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Auf keinen Fall wollte ich die einzige mögliche Kontaktperson verärgern, die mich zu dem alten Schamanen bringen konnte. Jörg Kompos schien mein Problem zu verstehen. Kauf eine seiner Masken, riet er mir. Ich erklärte ihm, ich hätte gerade noch Geld genug für Benzin und etwas zu essen, und ich wolle ohne Zwischenstopp direkt nach Los Angeles fahren. Dann gib ihm deine Lederjacke, sagte er ungerührt, aber offensichtlich in dem Bemühen zu helfen. Sonst wirst du ihn wütend machen, und er wird nur im Zusammenhang mit der Beleidigung an dich denken. Aber sag ihm nicht, dass seine Masken schön sind. Kauf einfach eine. Als ich Lukas Coronado sagte, ich wolle meine Lederjacke gegen eine seiner Masken eintauschen, lachte er zufrieden. Er nahm die Jacke und zog sie an. Er lief zu seinem Haus, aber bevor er eintritt, machte er ein paar seltsame Drehungen. Er kniete vor einer Art Altar und bewegte die Arme, als wolle er sie strecken, und trieb mit den Händen die Seiten der Jacke. Er ging ins Haus und kam mit einem in Zeitungspapier eingewickelten Päckchen zurück, das er mir gab. Ich wollte ihm ein paar Fragen stellen. Er entschuldigte sich mit dem Hinweis, er müsse arbeiten. Aber er fügte hinzu, wenn ich wollte, könnte ich ein anderes Mal wiederkommen. Auf dem Rückweg nach Guayamas forderte mich Jorge Campos auf, das Päckchen zu öffnen. Er wollte sich vergewissern, dass mich Lukas Coronado nicht betrogen hatte. Ich hatte kein Interesse daran, das Päckchen zu öffnen. Ich freute mich nur darüber, dass ich Lukas Coronado allein besuchen konnte, um mit ihm zu reden. Das versetzte mich in Hochstimmung. Ich muss sehen, was er dir gegeben hat. Jorge Campos blieb hartnäckig. Bitte, halt den Wagen an. Ich möchte unter keinen Umständen oder aus irgendwelchen Gründen meine Klienten in Gefahr bringen. Du hast mich für meine Dienste bezahlt. Der Mann ist ein richtiger Schamane. Also ist er sehr gefährlich. Weil du ihn beleidigt hast, hat er dir vielleicht ein verhextes Bündel gegeben. Wenn das der Fall ist, dann müssen wir es schnell hier in der Gegend begraben. Mir wurde übel. Ich fuhr an den Straßenrand und hielt an. Mit größter Vorsicht nahm ich das Päckchen aus dem Wagen. Jorge Campos riss es mir aus den Händen und öffnete es. Es enthielt drei schön gearbeitete, traditionelle Jackie-Masken. Jorge Campos erwähnte ganz nebenbei, es sei eigentlich nur angemessen, wenn ich ihm eine der Masken geben würde. Ich wusste, dass er mich noch nicht zu dem alten Mann gebracht hatte. Deshalb musste ich den Kontakt zu ihm pflegen, also gab ich ihm gern eine der Masken. Wenn ich wählen darf, dann möchte ich diese da, sagte er und deutete auf eine der Masken. Ich willigte ein. Die Masken bedeuteten mir nichts. Ich hatte erreicht, was ich wollte. Ich hätte ihm auch die beiden anderen Masken gegeben, aber ich wollte sie meinen Anthropologie-Freunden zeigen. Diese Masken sind nichts Außergewöhnliches, erklärte Jorge Campos. Man kann sie in jedem Laden in der Stadt kaufen. Man verkauft sie dort den Touristen. Ich hatte die Jackie-Masken gesehen, die man in der Stadt verkaufte. Es waren sehr primitive Masken im Vergleich zu meinen. Jorge Campos hatte sich natürlich die beste ausgesucht. Ich setzte Jorge Campos in der Stadt ab und fuhr nach Los Angeles zurück. Bevor ich mich von ihm verabschiedete, erinnerte er mich daran, dass ich ihm praktisch 2000 Dollar schulde, denn er werde drangehen, Leute zu bestechen und alles vorzubereiten, um mich zu den berühmten alten Schamanen zu bringen. Glaubst du, dass ich das nächste Mal meine 2000 Dollar von dir bekomme, fragte er herausfordernd. Seine Frage brachte mich in eine schreckliche Lage. Ich glaubte, wenn ich ihm wahrheitsgemäß sagen würde, dass ich das bezweifle, würde er mich fallen lassen. Ich war damals wirklich davon überzeugt, dass er mir trotz seiner Geldgier die verschlossene Tür aufschließen werde. Ich werde mein Bestes tun, um das Geld mitzubringen, sagte ich unverbindlich. Das möchte ich dir auch raten, erwiderte er heftig, beinahe zornig. Ich werde mein eigenes Geld ausgeben, um das Treffen zu ermöglichen. Deshalb muss ich von deiner Seite eine gewisse Sicherheit haben. Ich weiß, dass du ein sehr seriöser junger Mann bist. Wie viel ist dein Wagen wert? Hast du den Kfz-Brief? Ich nannte ihm den Wert meines Wagens und bestätigte, dass ich den Kfz-Brief besaß. Aber er schien erst zufrieden zu sein, als ich ihm ein Wort gab, ihm bei meinem nächsten Besuch das Geld in bar mitzubringen. Fünf Monate später fuhr ich nach Guayamas zurück, um Jörgi Kampus zu sehen. Damals waren 2000 Dollar eine Menge Geld, vor allem für einen Studenten. Ich dachte, er sei vielleicht bereit, die Summe in Raten zu akzeptieren. Ich wollte mich mit Freuden zu einer solchen Ratenzahlung verpflichten. In Guayamas konnte ich Jörgi Kampus nirgends finden. Ich erkundigte mich bei dem Besitzer des Restaurants. Er war ebenso verblüfft über sein Verschwinden wie ich. Er ist einfach nicht mehr da, sagte er. Bestimmt ist er nach Arizona oder nach Texas zurückgekehrt, wo er sein Geschäft hat. Ich nutzte die Gelegenheit und besuchte Lukas Coronado ohne Jörg Kampus. Um die Mittagszeit kam ich an seinem Haus an, aber ich konnte auch ihn nicht finden. Ich erkundigte mich bei den Nachbarn, ob sie vielleicht wüssten, wo er sei. Sie musterten mich feindselig und würdigten mich keiner Antwort. Ich fuhr davon, aber am späten Nachmittag kam ich zurück. Ich machte mir keinerlei Hoffnungen, sondern war darauf vorbereitet, sofort wieder nach Los Angeles zu fahren. Zu meiner Überraschung war Lukas Coronado nicht nur da, sondern auch überaus freundlich. Er gab unumwunden zu erkennen, dass er es gut fand, dass ich ohne Jörg Kampus gekommen war, der, wie er sagte, ein widerlicher Kerl sei. Er beschwerte sich darüber, dass Jörg Kampus, den er für einen Yaki-Indianer hielt, der seinem Volk untreu geworden war und mit großer Freude Stammesgenossen ausnutzte. Ich überreichte Lukas Coronado ein paar Geschenke, die ich für ihn mitgebracht hatte und kaufte bei ihm drei Masken, einen Stab mit kunstvollen Schnitzereien und Rasselgamaschen aus den Kokons bestimmter Wüsteninsekten. Die Yakis tragen solche Gamaschen bei ihren traditionellen Tänzen. Dann lud ich ihn zum Essen nach Guayamas ein. In den fünf Tagen, in denen ich in der Gegend war, besuchte ich ihn jeden Tag. Er gab mir unendlich viele Informationen über die Yakis, über ihre Geschichte und ihre Gesellschaftsstrukturen sowie über die Bedeutung und das Wesen ihrer Festlichkeiten. Mir machte die Feldarbeit mit Lukas Coronado so großen Spaß, dass ich gewisse Hemmungen hatte, mich bei ihm nach dem alten Schamanen zu erkundigen. Schließlich überwand ich meine Bedenken und fragte Lukas Coronado, ob er den alten Mann kenne, den Jorge Campos als einen berühmten Schamanen beschrieben hatte. Lukas Coronado schien verblüfft. Er beteuerte, seines Wissens habe es in diesem Teil des Landes niemals einen solchen Mann gegeben. Jorge Campos sei ein Betrüger, der es nur auf mein Geld abgesehen habe. Die Aussage von Lukas Coronado, jemand wie den alten Mann gäbe es überhaupt nicht, hatte auf mich eine schreckliche, unerwartete Wirkung. Ich wusste plötzlich, dass mir an dieser Art Feldarbeit überhaupt nichts lag. Ich wollte nur den alten Mann finden. Ich begriff, dass die Begegnungen mit dem alten Schamanen in der Tat ein Kulminationspunkt gewesen war, der nichts mit meinen Wünschen, Erwartungen oder Gedanken als Anthropologe zu tun hatte. Ich fragte mich mehr denn je, wer zum Teufel der alte Mann wirklich sein mochte. Ohne jede Hemmungen begann ich vor Enttäuschung zu schreien und zu toben. Ich stampfte mit den Füßen auf den Boden. Lukas Coronado war von meinem Ausbruch sehr beeindruckt. Er sah mich verblüfft an und begann zu lachen. Ich hatte nicht geahnt, dass er überhaupt lachen konnte. Ich entschuldigte mich für meinen Wutausbruch. Es gab für mich keine Erklärung, weshalb ich so verzweifelt war. Lukas Coronado schien mein Dilemma zu verstehen. So etwas geschieht manchmal in dieser Gegend, sagte er freundlich. Ich hatte keine Ahnung, was er damit meinte und ich wollte ihn auch nicht danach fragen. Der Gedanke daran, wie schnell er sich beleidigt fühlen konnte, machte mir schreckliche Angst. Ein eigenartiger Zug der Jackie war ihr Hang, sich beleidigt zu fühlen. Sie schienen ständig nach möglichen Beleidigungen Ausschau zu halten, die ein Normalsterblicher kaum wahrnehmen konnte. Hier in den Bergen leben magische Wesen, fuhr er fort. Sie können Menschen beeinflussen. Sie machen die Menschen buchstäblich verrückt. Unter ihrem Einfluss können Leute schreien und toben. Wenn sie schließlich erschöpft sind und sich wieder beruhigen, haben sie keine Ahnung, warum sie so außer sich geraten waren. Glaubst du, das ist eben mit mir geschehen, fragte ich. Eindeutig, erwiderte er voll Überzeugung. Du hast eine gewisse Neigung dazu, aus der Haut zu fahren, aber du bist andererseits auch sehr beherrscht. Heute warst du nicht sehr beherrscht. Du bist grundlos durcheinander. Ich habe einen Grund, beteuerte ich ihm. Bis zu diesem Augenblick habe ich es selbst nicht gewusst, aber der alte Mann ist der Antrieb für all meine Bemühungen. Lukas Coronado schwieg und schiel nachzudenken. Dann ging er langsam auf und ab. Kennst du einen alten Mann, der möglicherweise hier wohnt, aber nicht aus dieser Gegend stammt, fragte ich. Er verstand meine Frage nicht. Ich musste ihm erklären, dass der alte Indianer, dem ich begegnet war, vielleicht wie Jörge Campos, ein Yaki war, der irgendwo anders gelebt hatte. Lukas Coronado erklärte, der Name Matus sei in dieser Gegend sehr verbreitet, aber einen Matus mit dem Vornamen Juan kenne er nicht. Er schien nicht mehr weiter zu wissen. Dann hatte er offenbar einen Einfall und erklärte, Da der Mann schon alt sei, habe er vielleicht einen anderen Namen. Vielleicht habe er mir seinen Umgangsnamen und nicht den richtigen genannt. Ich kenne nur einen alten Mann, Vorfort, und das ist der Vater von Ignacio Flores. Er besucht seinen Sohn von Zeit zu Zeit, aber er kommt aus Mexiko City. Wenn ich so darüber nachdenke, Er ist Ignatius Vater, aber er ist nicht so alt. Aber alt ist er. Ignatio ist alt. Sein Vater scheint jedoch jünger zu sein. Bei dieser Erkenntnis lachte er. Offensichtlich hatte er sich über die Jugendlichkeit des alten Mannes bis jetzt nie Gedanken gemacht. Er schüttelte immer noch ungläubig den Kopf. Ich dagegen war unendlich erleichtert und glücklich. Das ist er, rief ich ohne zu wissen warum. Lukas Coronado wusste nicht, wo Ignatius Flores wohnte, aber er war sehr zuvorkommend und fuhr mit mir in die nächste Jacke Stadt, wo er den Mann für mich fand. Ignatio Flores war groß und korpulent und vermutlich über 60. Lukas Coronado hatte mich darauf vorbereitet, dass dieser große Mann eine militärische Laufbahn hinter sich hatte und sich noch immer als Soldat fühlte. Ignatio Flores hatte einen riesigen Schnauzbart. Der Bart und die glühenden Augen machten ihn zum Inbegriff eines grimmigen Soldaten. Er hatte eine dunkle Haut und trotz seines Alters pechschwarze Haare. Die kräftige und raue Stimme schien nur dazu ausgebildet zu sein, Befehle zu geben. Ich hatte den Eindruck, dass er bei der Kavallerie gewesen war. Er bewegte sich, als trage er immer noch Sporen. Und aus einem merkwürdigen, unerklärlichen Grund hörte ich das Klirren von Sporen, wenn er ging. Lukas Coronado machte mich mit ihm bekannt und sagte, ich sei aus Arizona gekommen, um seinen Vater zu sehen, den ich in Nogales kennengelernt hätte. Ignatio Flores schien darüber keineswegs erstaunt zu sein. Ach ja, er nickte, mein Vater ist viel auf Reisen. Ohne Umstände erklärte er uns, wo wir seinen Vater finden würden. Er begleitete uns nicht. Ich hatte den Eindruck, es geschah aus Höflichkeit. Er entschuldigte sich und marschierte davon, als befindte er sich auf einer Parade. Ich machte mich darauf gefasst, den alten Mann in Begleitung von Lukas Coronado aufzusuchen. Er lehnte das jedoch höflich ab und bat mich darum, ihn nach Hause zurückzubringen. Ich glaube, du hast den Mann gefunden, den du suchst. Und ich meine, du solltest allein mit ihm sein, sagte er. Ich staunte darüber, wie überaus höflich die Jackie-Indianer waren und dass sie gleichzeitig so überaus feindselig sein konnten. Man hatte mir gesagt, die Jackie seien Wilde, die ohne weiteres einen Menschen umbringen würden. Und doch hatte ich bisher als ihre bemerkenswerten Eigenschaften Höflichkeit und Rücksichtsnahme kennengelernt. Ich fuhr zu dem Haus, in dem der Vater von Ignatio Flores wohnte. Dort fand ich den Mann, den ich suchte. Ich fragte mich, weshalb Jörge Campos gelogen und behauptet hat, dich zu kennen, sagte ich, als ich meinen Bericht beendet hatte. Er hat dich nicht belogen, sagte Don Juan so eindringlich wie jemand, der das Verhalten von Jörge Campos entschuldigte. Er hat sich noch nicht einmal falsch dargestellt. Er hielt dich für eine leichte Beute und wollte dich übers Ohr hauen. Er konnte seinen Plan allerdings nicht durchführen, weil ihn die Unendlichkeit überwältigt hat. Weißt du, dass er verschwunden ist, kurz nachdem er dich kennengelernt hatte? Und niemand kann ihn finden? Jörge Campos war für dich eine sehr wichtige Persönlichkeit, fuhr er fort. In allem, was zwischen euch beiden stattgefunden hat, wirst du eine Art wegweisendes Schema finden, denn er repräsentiert dein Leben. Wie das? Ich bin kein Betrüger, protestierte ich. Er lachte, als wisse er etwas, das mir nicht bekannt war. Daraufhin folgte meinerseits eine umfassende Erklärung meines Tuns, meiner Ideale, meiner Erwartungen. Doch ein seltsamer Gedanke drängte mich mit derselben Vehemenz, mit der ich erklärte, wer ich war, in Betracht zu ziehen, dass ich unter gewissen Umständen vielleicht wie Jörge Campos sei. Ich fand diese Vorstellung unakzeptierbar und setzte meine ganze Energie daran, zu versuchen, sie zurückzuweisen. Doch im tiefsten Inneren dachte ich gar nicht daran, mich dafür zu entschuldigen, falls ich mich wie Jörge Campos verhalten sollte. Als ich Don Juan mein Dilemma erklärte, lachte er so schallend, dass er sich mehrmals verschluckte. Ich an deiner Stelle, sagte er, würde auf meine innere Stimme hören. Was für einen Unterschied würde es machen, wenn du wie Jörge Campos ein Betrüger wärst? Er war ein sehr schäbiger Betrüger. Du bist vielschichtiger. Verstehst du? Das bewirkt die Macht des Erzählens. Aus diesem Grund greifen die Schamanen dazu. Es bringt uns mit etwas in Berührung, von dessen vorhanden Sein in uns. Wir nicht einmal etwas geahnt hatten. Ich wollte auf der Stelle gehen. Don Juan wusste genau, was ich empfand. Hör nicht auf die alberne Stimme, die dich wütend macht, sagte er im Befehlston. Hör auf die tiefere Stimme, die dich von jetzt an führen wird. Hör auf die Stimme, die lacht. Hör auf sie und lach mit ihr. Lach, lach. Seine Worte wirkten wie ein hypnotischer Befehl. Gegen meinen Willen begann ich zu lachen. Ich war nie so glücklich gewesen. Ich fühlte mich frei und ohne Maske. Erzähle dir die Geschichte von Jörge Campos immer wieder selbst, riet mir Don Juan. Du wirst einen unendlichen Reichtum darin finden. Jede Einzelheit ist Teil eines vorgezeichneten Plans. Es ist das Wesen der Unendlichkeit, einen Plan vor uns auszubreiten, wenn wir erst eine bestimmte Schwelle überschritten haben. Er blickte mich lange an. Er sah mich nicht nur an wie zuvor, sondern er betrachtete mich. Jörge Campos konnte etwas nicht vermeiden, sagte er schließlich. Er musste dich mit dem anderen Mann, mit Lukas Coronado, zusammenbringen, der für dich ebenso bedeutsam ist wie Jörge Campos, vielleicht sogar noch wichtiger. Beim Erzählen der Geschichte von den beiden Männern war mir bewusst geworden, dass ich mit Lukas Coronado mehr Zeit verbracht hatte als mit Jörge Campos. Unsere Gespräche waren jedoch nicht so intensiv gewesen und von langem Schweigen unterbrochen worden. Lukas Coronado war von Natur aus kein sehr gesprächiger Mensch. Auf eine seltsame Weise gelang es ihm, jedes Mal, wenn er schwieg, mich ebenfalls in diesen Zustand zu versetzen. Lukas Coronado ist der andere Teil deiner Landkarte, sagte Don Juan. Findest du es nicht seltsam, dass er ein Bildhauer ist wie du, ein übersensibler Künstler, der genau wie du früher einmal einen Metzen für seine Kunst suchte? Er hielt Ausschau nach einem Geldgeber, so wie du eine Frau gesucht hast, eine Liebhaberin der Künste, die deine Kreativität fördern würde. In mir begann ein neuer schrecklicher Kampf. Ich war mir absolut sicher, dass ich Don Juan gegenüber diese Seite meines Lebens nicht erwähnt hatte. Doch alles, was er gesagt hatte, stimmte und ich konnte mir absolut nicht erklären, wie er zu dieser Information gekommen sein konnte. Ich wäre am liebsten wieder davon gelaufen. Aber auch diesmal war eine innere Stimme stärker, die irgendwoher aus der Tiefe kam. Ohne dass Don Juan mich dazu bringen musste, begann ich lauthals zu lachen. Einen Teil von mir, auf einer tieferen Ebene, interessierte es überhaupt nicht herauszufinden, wie Don Juan zu dieser Information gekommen war. Er besaß dieses Wissen und setzte es auf eine so gezielte, aber auch nachsichtige Weise ein, dass es Spaß machte, seine Strategie zu verfolgen. Es war ohne jede Bedeutung, dass der oberflächliche Teil von mir wütend wurde und mich zum Gehen aufforderte. Sehr gut, sagte Don Juan und schlug mir kräftig auf den Rücken. Das machst du wirklich sehr gut. Er wirkte einen Augenblick nachdenklich, als sähe er vielleicht Dinge, die dem normalen Auge verborgen bleiben. Jörgi Campos und Lukas Coronado sind die beiden Enden einer Achse, sagte er. Die Achse bist du. Auf der einen Seite bist du ein rücksichtsloser, schamloser, käuflicher und dummer Gauner, der sich nur um sich selbst kümmert, der abstoßend, aber nicht unterzukriegen ist. Auf der anderen Seite bist du ein übersensibler Künstler, der schwach und verletzlich ist. Das wäre eigentlich der vorgezeichnete Plan deines Lebens, wenn sich nicht eine andere Möglichkeit aufgetan hätte. Und das ist die Möglichkeit, die sich dir eröffnete, als du die Schwelle der Unendlichkeit überschritten hast. Du hast mich gesucht und mich gefunden und auf diese Weise hast du die Schwelle überschritten. Das Wollen der Unendlichkeit beauftragte mich, nach jemandem wie dir Ausschau zu halten. Ich habe dich gefunden und damit selbst die Schwelle überschritten. An dieser Stelle endete das Gespräch. Don Juan versank in sein gewohnheitsmäßig langes Schweigen. Erst als wir am Ende des Tages zu seinem Haus zurückgekehrt waren und unter seinem Vordach saßen und nach der langen Wanderung Kühlung suchten, brach er sein Schweigen. In deiner Erzählung über das, was sich zwischen dir und Jorge Campos und dir und Lucas Coronado ereignet hat, fuhr Don Juan fort, ist mir etwas sehr Beunruhigendes aufgefallen und ich hoffe, dir auch. Für mich ist es ein Omen. Es weist auf das Ende einer Zeit hin. Und das bedeutet, alles, was in dieser Zeitspanne Bestand gehabt hat, kann nicht überdauern. Sehr unsichere Faktoren haben dich zu mir geführt. Keiner von ihnen könnte für sich allein bestehen. Das habe ich deinem Bericht entnommen. Ich erinnerte mich daran, dass mir Don Juan eines Tages gesagt hatte, Lucas Coronado sei unheilbar krank. Er hatte ein Leiden, das ihn langsam zugrunde richtete. Ich habe ihn durch meinen Sohn Ignacio wissen lassen, was er tun soll, um sich zu heilen, fuhr Don Juan fort. Aber er hält meinen Rat für Unsinn und will nichts darüber hören. Es ist nicht sein Fehler. Die ganze menschliche Rasse möchte auf nichts hören. Alle Menschen hören nur das, was sie hören wollen. Ich erinnerte mich daran, dass ich Don Juan darum gebeten hatte, mir zu sagen, was ich Lucas Coronado raten könnte, um ihm zu helfen, seine körperlichen Schmerzen und seine inneren Ängste zu lindern. Don Juan sagte mir, nicht nur, was ich ihm raten sollte, sondern behauptete, dass Lucas Coronado sich ohne weiteres selbst heilen könnte, wenn das sein Wunsch sei. Doch als ich Don Juans Botschaft überbrachte, sah mich Lucas Coronado an, als hätte ich den Verstand verloren. Dann fiel er in das glänzende und wenn ich ein Jackie gewesen wäre, höchst beleidigende Abbild eines Mannes, den die uneingebrachte Hartnäckigkeit eines gewissen Jemand zu Tode langweilt. Ich fand, nur ein Jackie-Indianer konnte so subtil sein. Diese Dinge helfen mir nicht, erklärte er schließlich, trotzig und ärgerlich über meinen Mangel an Sensibilität. Es ist nicht weiter wichtig, wir müssen alle sterben, aber glaube ja nicht, dass ich die Hoffnung verloren habe. Ich werde mir Geld von der Staatsbank besorgen, ich lasse mir eine Vorauszahlung auf meine Ernte geben und dann habe ich genug Geld, um mir etwas zu kaufen, das mich ohne jeden Zweifel heilen wird. Es heißt Vitaminol Was ist Vitaminol? fragte ich. Man wirbt dafür im Radio, antwortete er mit der Unschuld eines Kindes. Damit heilt man alles. Vitaminol ist besonders gut für Leute, die nicht jeden Tag Fleisch, Fisch oder Geflügel essen. Es hilft jemandem wie mir, der kaum noch Körper und Seele zusammenhalten kann. In meinem Bestreben, Lukas Coronado zu helfen, beging ich damals in einer Gesellschaft mit so überempfindlichen Menschen wie den Jacki, den denkbar größten Fehler. Ich bot ihm das Geld an, um Vitaminol zu kaufen. Sein kalter Blick ließ mich ahnen, wie tief ich ihn verletzt hatte. Meine Dummheit war unverzeihlich. Sehr leise erklärte Lukas Coronado dann, er könne sich Vitaminol selbst leisten. Ich ging zu Don Juan zurück und mir war zum Weinen zumute. Mein Eifer hatte mich zu einer großen Dummheit verleidet. Verschwende deine Energie nicht damit, dir über solche Dinge Gedanken zu machen, erklärte Don Juan ungerührt. Lukas Coronado ist so wie du, wie alle, in einem Teufelskreis gefangen. Er hat Vitaminol, von dem er glaubt, es wird alles heilen und alle seine Probleme lösen. Im Augenblick kann er es sich nicht leisten, aber er macht sich große Hoffnungen, dass er es sich eines Tages leisten kann. Don Juan durchbohrte mich mit seinem Blick. Ich habe dir gesagt, das Verhalten von Lukas Coronado dient als ein vorgezeichneter Plan deines Lebens, sagte er. Glaub mir, so ist es. Lukas Coronado hat dich auf Vitaminol hingewiesen. Er hat es auf eine so wirksame und schmerzhafte Weise getan, dass er dich verletzt hat und du deshalb Tränen vergießt. Don Juan schwieg. Er machte eine lange und sehr wirkungsvolle Pause. Und behaupte jetzt nicht, dass du nicht verstehst, was ich damit meine, fuhr er fort. Auf die eine oder andere Weise haben wir alle unsere eigene Version von Vitaminol.